Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zocken wir die Costume-Zombie-Map Kensington und mit dabei ist Black City, Viti und der Niko. Wie schnell macht ihr Mucca an, Alter? Hier kauft man auf. Ey wir wollten immer schon mal Briten töten, guckt euch an. Können wir unsere ganze Frust rauslassen, Alter? Habt ihr Mucca angemacht? Ja, hier kauft man auf, für 2000. Guck mal hier, wo die Lampe ist, da ist Musik. Gab's da viele Mucca-Lieder? 4 oder 5 von uns. Das ist ein U-Bahn, ne? Ne, Underground. Ich sag wo, ey, halt. Boah, die nächste Tür kostet hier, die Tür kostet hier. Ey, die haben gar keine Auf. Briten, Alter. Gib ihm. Ey, sie haben gar keine Auf. Briten haben generell keine Auf. Ey, der Song ist gar nicht mal so schlecht. Ah, ne. Ich kaufe mir auf, ja? Hast du schon 2000? Ja. Ey, jeder geht's ja denn lang? Wir haben im Leben jetzt mit 1000 Punkten angefangen. 200. Kommt hier? Ja, im Leben. Ja, ein Moment. Alter, was ist das denn hier? Alter, wie heftig. 2000 brauchen wir nochmal. Jemand hat 2000. Boah, Alter, hier muss man mit Zombies langen. Also, äh, kutsch du doch, wenn du mit denen langen nimmst. Ja. Kämpfer, er kauft auch. Hier wär... Ah, hier ist auch Mucca. Wär auch Mucca zum Aktieren. Das ist die hessigste Uber, die ich je gesehen hab. Kann mir hier keine Waffe kaufen. Ach, das ist ne Treppe? Jungs, ich glaub... Ne, da kommen nicht hoch, da kommen Zombies. Och, hier muss er aufkommen. Wow. Ach, hier ist nochmal Musik. Jungs, ich hatte 999. Was war das? 999 ging. Aufgekauft, ne? Na, Standbild. Ha. Hat jemand die Tür schon aufgekauft? Jaaa. Hä, wie teuer war die? Auch 2000? 2. Ihr Opa, wieder 2. Ja, die wollen uns doch voll abziehen, Alter. Hier steht South Kenningston. Kensington. 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 Ja toll, wir haben gar keine Waffen. Das kommt, Alter. 2000, Alter, wir haben gar keine Waffen. Wir werden sterben, Jungs. Nein, ey. Blockiert. Retti. Ich war's nicht. Halt mal wer. Ah, da unten ist das. Warte noch. Warte noch, will ich nehmen. Ja, das ist noch ein Insta. Ein Zombie noch, warte, ich töte ihn schnell. Hier war aber die Lichter, kann man nicht. Na, kannst du Mucka machen. Ey, ich muss kurz die Tür aufmachen gehen. Ne, muss ich nicht. South Kensington. Hier oben sogar. Ey, ich kann nicht kurz die Tür aufmachen. Ne, geh ich nicht. Voll nice gemacht eigentlich. Ja, sieht richtig geil aus. Ja, wirklich. Correcto, correcto. Ach, hier sind Granaten. Jungs, so ein kleines... Ja, hier unten. So ein Versteck. Ja? MB40? Tatsache. Ich gönn mir, Alter. Hab ich gar nicht gesehen, nice. Ach, Granaten da. Ja, wo ist denn das? Was ist das wo? Die MB40. Ich will auch. Hier. Oh, fast durch meine eigene Granate draufgegangen. Besser als das Original. Selbst auf den Granaten ist ein Logo drauf. Selbst auf den Granaten ist ein Logo drauf. Kennen wir ja von ZM. Hinter uns. Komm einfach so aus deinem Boden. Hat jemand schon 2000? Naja, doch ich. Warte aber noch ein bisschen. Ne, Viti. Viti hat auch. Viti hat Cap 3. Duh, bitte! Duh, bitte! Ja, du chattest die ganze zeit. Ich suche eine Kamera! Ja, das war ja aus Versehen, ich hab doch gesagt, Duh, bitte! Ok... Eine Kamera? Ich muss den irgendwie enden, dann... Das tue ich dann auf A oder so setzen. Warte, grad wieder 999? Das kann man? Oh, Viti. muss da man nicht hoch, da kommen Zombies raus. Von oben. Kauft jemand aus? Ja. Naja, ich mach gleich auch. Ich muss das Tür auch machen. Hä, warum? Ja, dann kaufst du auch. Hä? Manchmal wirft du Stil-Hand-Granaten und mach ich mal normale. Ja, ich weiß. Exer-Song. Ich nehme jetzt mal Song 1. Also 1 und 2 hatte ich bisher. Was liegt da? Double Point. Harmonie, Alter. Ich klinge mit jemandem streiten. Ja, mach ich. Warte, hinter dir, bitte. Von oben kommen sie auch. Von oben kommen sie auch. Weg da, Jungs. Hallo? 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 Boah, Alter, da fahrt ein Kling, es geht nach meiner Mutter. Ganz gut. Ja. Vidi, ist geil. Ja. Dann bleiben wir noch hier. Kennst du das, Vidi? Ja. Ich mach auf. Was ist das für ne Mapfighter? Boah, schon wieder 2.000er da. Ach, dann kommen wir in den Außenbereich. Hä? Sticke. Klauen uns an das Außenbereich. Hunde, ne? Wie Hunde? Ich hab Hunde gehört. Ich hab Hunde gehört, glaub ich. Hunde? Ah, ne, hier sind Hunde. Oh mein Gott. Wenn man nicht drauf geht, ich hab noch keine Waffe. Boah, 4 Spieler. Komm, ich bin doch. Ja. Ich hab keine Waffe, ne? Die haben auch keine Waffe. Doch, die haben auch. Doch, haben sie. Doch, haben sie. Aber am Anfang. Jungs, ich bin gleich leer. Ich muss mir Muni kaufen. Ey, ich bin rot. Na klar. Werded War, Alter. Ich bin tot, wenn ich da immer nicht bin. Ich bin tot, wenn ich da immer nicht bin. Ich hab voll gar nicht gepistet, oder? Von Respekt vor Werded War Hunden, oder? Ich hab keine Muni mehr. Ja, ich hab mir gerade Muni gekauft. Ich hab keinen Waffen. Wohl drauf, ja? Wenn mich noch einen Hund beißt, bin ich tot. Was hat die für Waffen? MP40. Okay. Die Lunde, achso. Die steht da unten. Boah, nice, ja. Geh, ich kauf. Warte. Na, lass, 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 lass. Wiedtie. Wiedtie hat viel Geld. 5 Ton. Was, wo? Kauf mal auf. Die Musik ist viel zu laut bei mir gewesen. Je. Ah, Boyknife. Hä, kann man da rein? Ey, komm nicht raus. Ah doch. Ah, da war Strom drin. Ja. Das ist der Hammer. Der Trittschalter. Kann man in die Re... Ah ja, da kann man da rein. Geiler Spoolknife-Einflug. Einflug für Spoolknife? Jetzt geholt, Alter. Wo? 1,5 nur, Alter. Hier kauft man auf und hier... Hier kauft man nicht auf. Geiler, der 1,5. Direkt geholt. Der Hammer. Kann ich nicht retten. Puh. War ich nicht schon retten. Hey! Hat einfach aufgebrochen. Er will nämlich doch nur sterben sehen. Ach, Kükelweif hier. Ich hab mal aufgekauft. Ich wär nie im Leben draufgekommen, wo Krigweif liegt. So hässes auch nicht so aussieht. Hier ist nur Double Tap. Hey, wo ist das denn? Hier. Wo bist du hier? Das sieht man doch. Ja, das sieht aber voll hässlich aus. Ich hab's nur im Logo erkannt. Das ist irgendwie eine hässliche Box. 4.000 zur nächsten Tür. Was? Was? Hat jemand schon wieder einen neuen Song aktiviert? Ja, ich würd Billiard spielen, aber... Welche hast denn du schon aktiviert? Das ist geile Mokka, Alter. Ich hab eins und zwei aktiviert bis jetzt. Okay, ich hab grad drei. Riti kaufst du auf. Ich wollt die Kugeln wegschießen, aber ich bin tot. Riti. Riti, komm her, kaufe auf. Korrekte Musik. Riti, komm her, kaufe auf. Korrekte Musik. Riti, komm her, kaufe auf. Geil doch. ну, ne. Ja, ich hab gemisst, er stirbt nicht. 1.000. DasLLe, mach mal, mach mal! Wenn Mann was soll ich hier kann man hier weiter oder so? ich hab mir Perks geholt mann ja wir sind eingesperrt ja wir sind eingesperrt ich bin nur wegen hier ich bin tot ich hab mir Jugga geholt ja kann ich ja nicht ja toll hätte ich gewusst alter dass man hier nicht mehr rauskommt wäre ich hier nicht reingegangen aber warum gehts auch nicht weiter Jungs irgendwo ist ne unsichtbare Wand äh ne unsichtbare Tür hier 6000 6000 ja 6000 er hat hier grünblech das war grünkilln wobei man hier auch eigentlich campen kann erstmal ja komm ich nicht nach die Type 100 hin witzig ich hab nicht mal ne auf Wacht da da in der Jugga sieht hier geil aus habt ihr auch Puida er steht in diesem Glaskasten man kann den auch nicht töten ja ja ist ja voll logisch man kommt nicht zu ihnen hin aber er kann rausschießen wir haben wir sind auch logisch oder meine Maus spinnt wird voll realistisch uber Zombies um rennen lassen ja was denn sonst was ah VT hat schon 80 Briten getötet Raumjob ich leider erst 66 oh VT macht hier noch die 6000 VT warum hast du keine Waffe sowas warum brauch ich ne Waffe warum brauch ich ne Waffe wenn nicht Spulen einfach hm weiss ich doch nicht du bist mit eingeschlossen ja ja letzte Runde glaubt ihr wir kommen noch zurück ne oder ne ne doch hier gleich 6000 dafür ja aber ja wahrscheinlich gibt's dann noch zurück welches Lied hattet ihr schon 1 2 3 bis jetzt glaub ich ja ja VT 1 2 3 ja 4 noch nicht ne das kenn ich ja VT macht hier die 6000 naja wenn ihr nicht besser ihr schießt ja wer war nico schießt ja rein geil ja jetzt müssen wir hier schießen also wort's denn ah ich hab mir ich hab mir sowieso geholt für die Hunde im Glück hab ich Buying Net Gold immer noch von Windisch alter also 1 500 das ist immer noch von Windisch alter immer noch ja ey oder im Glück hab ich's geholt auf 1 500 ja ist immer noch Insta alle gehen auf 1 zum immer wieder gleich die 6 weg was glaubt ihr das Bettanschließend was dann nachher kommt wenn er aufkommt keine Ahnung 6 6 wenn man da hinlaufen will dann die Kamera so dreht alter glaub ich meinst du das mit Kamera dreht läuft warte 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 da wo man aufkaufen muss mit 6000 laufen mal von hier von der Mitte einfach da sind und drehen und drehen und drehen aber jetzt geht's schlecht alter wird wiederbelebt ob das schon wow Zombie 19 Stück einer am Nebelast oder? nein der steht jetzt da hab ich gar nicht sicher Achtung noch 14 Bretten warte Regulus wartet was machst du denn da Niko? ja Instacill hat doch nicht sicher guck ich hab sogar Zombies getroffen ja hier werden die Kills hier geklaut unende noch 3 Bretten 2 1 noch 1 E.T. E.T. egal kauf jetzt auf ja es geht noch weiter nach unten nach oben gehts alter morgens wie Cola morgens wie Cola naja das war ja auch naja das war ein Tief der Welt ey ich will da rein ach das sind alle die könnt ihr das Messer haben ja 2.000 wo sind alle Preise wo sind alle Preise und die Kiste und die Kiste oh ich bin runtergefallen oh guck mal die Kiste ja man Wartet kommt mal her zu mir hier gefällt es mir ok PTRS guck mal unter die Gänge nach oben da liegt bei der einen Seite lag da eine Waffe hier liegt die die kann man weiter aufkaufen für 6.000 warte hier liegt die STG wo denn? da an diesem äh unter der Panzerschreck ach da denkt dran die Hunde könnt ihr messern die Kiste die Kiste die Kiste nie wieder da hoch zu rennen ey ey ja ho messern sie doch einfach naja einfach messern insta Jungs mein Messe geht WT warst du schon Kiste? ja wir brauchen Messern Jungs coole Waffen ich war noch Kiste ich war noch Kiste keine Ahnung ich habe halt Standard bekommen ne die nächste Tür kostet 6.000 da geht es mit Sicherheit zum Punchen das lass mich mal finden achso das meinst mit da drunter sind Waffen ja ja das sind überall Waffen M-G2-40 warum sind denn noch dafür Waffen drunter? äh STG STG Double Barrel oh ja P-T-E-R-S Sniper Double und dann ist hier die PPSH und dann ist hier die PPSH und dann ist hier die PPSH ne ist gar nicht hier die PPSH wo waren die? P-P-T-R PPSH gar nicht, STG war P-T-R-S war achso ja ich habe verstanden vorhin dass du gesagt hast da ist die PPSH ey hinter mir ich bin tot wohnen hier sogar hin gar nicht tot brauche Speedcola haha witzig ich auch ist nicht mehr Insta oder? was Messer? ne nein man da liegt Insta kill ich würde es geil an kein Finn hinter dir ach du kannst nicht ach quatsch man kann nicht durch den äh durch die durch die Glasscheibe da oben schießen ähm aber ganz zurück kommen wir nicht mehr ja weiß ich nicht 6.000 er kostet nächste Tür ja ich hier ist noch quick ride wieder ja schweiß deswegen glaube ich kann er nicht durchschießen ich glaube nächste Tür ist punchen wie wir aufkommen ok ich habe 2 MGs ich brauche sowas von Speedcola komm ich mach jetzt einfach mal auf ich gönne uns diesmal schieß mal bei mir schieß mal bei mir wir abbeten nein connection interrupt ich habe mir eine Waffe gekauft ich habe mir eine Waffe gekauft soll ich mal retten soll ich mal retten hey boah ja schießt mich an das nicht mehr sehen ich bin rot im Ramm ey schießt den ab vor mir er ist weg nein ich stand genau vor ihm warte jetzt schiebt ich hab auch gekauft jungs ich hab auch alter warte ich muss Kiste Finn warte bei mir Finn was 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 bleib hier bleib hier schießt die ab bis nur einer ist genau Jungs Endgame wie viel wie viel du bist im Weg Junge Jungs lasst ein am Leben kommt ihr her kommt ihr her Kevin wie viel kommt ihr her hahaha wie langsam ich bin alter das war was ich kenne alter Kevin besser ist der Alter hier Endgame 35.000 und hier kann man was kaufen bei 30 Coils was meinen die damit was 30 Coils für 4000 Alter wie das aussieht was ist das was meinen die damit campen 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 mit gar nichts oder was Jungs ich hab nur ich hab nur die Sniper ich hab gar nichts campen sagen sie hat einer irgendwas die Waffe heißt 30 Coils sicher was ich steh sicher da steht die Waffe heißt 30 Coils woher weißt du das denn ja guck doch ja das weißt du weißt du auch nicht dass das eine Waffe ist ja ich hab gar nichts ne null Muni bei allem Jungs ich will nicht sterben ich will auch nicht sterben glaubst du man kann hier runterfallen ich hab ne M1 alter damit kannst du nix machen wer hat Affen nein das beste ich snipe so schnell ich kann warte warte ich snipe die Muni brauchen wir du musst gleich noch einen werfen hab alle geworfen ja jetzt hol dir die Muni geht nicht ich hol all in alter scheiß drauf 76 Zombies Jungs ich hab nur ne Sniper ich würde gerne hinten stehen und die weg snipen aber hol sie dir ich hab die Sniper geil ich hab die geil Alter fremdix 5 zu bis zu mit 5 die Hunde des Kreuzer, dann 30, 30 Kreuz Mg mit Nulln, nicht Mg Mg, nein, nein, nur Mg Ich hol's mir auch kurz Jungs, Framelax ist egal, ich will es nicht mehr Alter, ich seh nur noch Gemetzel, Alter Nur Framelax, wenn ihr mit Framelax Gemetzel und Ohne Witz, ich mach Speed Cola Alter, ich hab Speed Cola, Gott alter Ja, ich nix, deswegen Ich brauch 4000 Punkte Jungs, was ist das für ein Mg? Ähm, Browing M19 Ich schneib jetzt hier nur rein Endgame? Ja, 35.000 Ja, wenn wir alle die Browing haben und Speed Cola Alter, der Raum sieht mal so episch aus, ne? Ah ja, glaubst du, man kann hier runterfallen? Nein, kann man nicht Nein, ich renn auf die Hand, seid dran Ah, okay Jungs, der Raum sieht so episch aus, ne? Warte, 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 warte Alohiel, Häschen, Trawler, Häschen, Trawler Okay, dann Feuer, ich weiter durch Ach, scheiße, ich kann mir keinen Speed Cola holen Ich auch nicht Oh geil, Alter Das Sniper behalte ich mal, ich hol mir die Waffe Brauch Speed Cola, ja Zum Glück kann man hier einen Muni nachkaufen Musch Aber ich punch die, glaub ich, ich glaub ich punch die nicht, weil wegen Muni dann kostet die richtig viel, den Muni Hier 1000 Oha 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 Ich glaub ich dreh schnell einmal an der Kiste also ich kann nicht mit der Waffe spielen Was? Mit einem Mg? Hey, ich hab den M1 Die spawnen auch hier, ne? Du kommst nicht mehr zurück Er ist tot Wie kann ich dich wieder benehmen? Doch Hier, Alter Sein Glück, Alter Ja Wie kann man so Glück haben? Hier gibt sogar Stielgranaten, ne? Ja, ich weiß Am Anfang hatte ich ganz andere Granaten Warum hab ich in solchen Momenten immer ne Sniper, Alter? Ja, wie war das mit, ich bin tot? Na, haben wir doch gesagt, du hast Glück gehabt Hä? Bei mir ist ne 2... Hä, warum hatte ich grad 6 Granaten? Aber wenn du deine echt wirst, dann fühle ich dich auch jede Woche Ja, aber da hat man ja 4, oder? Maximal 4 Auf Kasten soll ich's manchmal mehr So Ja Geil, Alter, wie geil Guckt euch den Raum an, Alter, die YouTube Alter, der Raum ist richtig episch Guckst du deine New? Was ist denn da hinten? Ne, ich snipe hier nur los Geht doch Ich kann den zwar nachladen Weiß ich ob ich Ich weiß ich ob ich punchen soll Ne, ich punche gleich Irgendwann Ich punche aber Ich punche meine MP40 Nein, du punche gar nichts, du machst den Ich soll einfach rein, weil ich ne Waffe habe Aber muss ich ein bisschen weiter vorne stehen Und wenn ich nachladen muss, weil ich hab keinen Speedcooler Muss ich dann immer nach hinten gehen und ihr geht da ein bisschen vor Ja, ich snipe von hier hinten, aber das war's jetzt auch mit snipen Hol dir doch die Waffe, die Boro Hab ich, hab ich Boah, so geil wären alle mit meinem G-Ballern Ich hab echt gedacht, da kommt jetzt irgendwas geiles so, richtig geiles Wieso hässliche Paintball-Waffen? Sie ist voll komisch, wa? Hey, was ist Paintball-Waffe? Ja, das hört sich an, als würde man mit so Paintball-Waffen die ganze Zeit rumschießen Ja, ja Ich find's voll geil Ich find's voll hier ganz vorne Ja, genau in Viti, du Ja, Viti ist halt gefunden